Es ist mal wieder Zeit für eine Übungsaufgabe, die ich ja letzten schon angedroht hatte. Es geht diesmal um die Verhältnisse im Wechselstromkreis und damit um Phasenverschiebungen und Zeigerdiagramme. Herzlich Willkommen bei Technik selbst erlebt. Die Aufgabe heute wird ein wenig schwieriger und umfangreicher. Zunächst mal die Aufgabenstellung. Eine Wechselspannung von 750 Kilohertz wird auf die dargestellte Anordnung von R, L und C gegeben. Die Ausgangsspannung wird über dem Kondensator und den parallelen ohmschen Widerstand R2 abgegriffen. In der Zuleitung vom Eingang liegt eine Induktivität mit einem Widerstand in Reihe oder einfach nur eine reale Spule mit R1 als ohmschen Widerstand des Drahtes. Als erstes sollen wir ein Zeigerdiagramm mit allen Strömen und Spannungen erstellen. So bekommen wir einen Überblick über die Phasenlage aller Größen. Frage B Wie groß ist die Phasenverschiebung der Ausgangs- zur Eingangsspannung und eilt sie vor oder nach? Es ist anzunehmen, dass unsere Ausgangsspannung kleiner wird als die Eingangsspannung. Deshalb die nächste Frage. Wie groß ist die Dämpfung der Schaltungsanordnung? Aufgabe D Wie muss die Induktivität verändert werden, damit sich die Schaltung am Eingang wie ein ohmscher Widerstand verhält? Und als letztes, welchen Wert muss L haben, damit die Phasenverschiebung am Ausgang 90 Grad beträgt? Wer sich den Spaß nicht verderben und erstmal selbst auf die Lösung kommen will, der sollte wie immer hier das Video anhalten und die Lösung später vergleichen. Kleiner Tipp für den Ansatz Legt eine Spannung fest, von der ihr ausgeht, um das Diagramm zu konstruieren und gebt ihr einen bestimmten Wert, damit das Diagramm maßstabsgerecht zeichnet werden kann. Wie gehen wir an das Zeigerdiagramm heran? Um alle Spannungen und Ströme errechnen zu können, werden wir die Blindwiderstände von Spule und Kondensator brauchen. Für die Spule ist das 2Pi mal F mal L. Also 2Pi mal 750 Kilohertz mal 220 Mikrohenri und das sind 1,04 Kiloohm. Um ein vernünftiges Zeigerdiagramm zeichnen zu können, müssen wir uns auf einen sinnvollen Maßstab für U und I einigen. Nehmen wir einfach 1 Zentimeter pro Volt. So lassen sich die Werte leicht ablesen. Da die Widerstände sich im Kiloohm-Bereich bewegen, werden die Ströme wahrscheinlich Milliampere werden. Also nehmen wir für 1 Milliampere gleich 1 Zentimeter. Ich will beginnen mit der Ausgangsspannung. Um den Zeiger zeichnen zu können, muss ich noch einen Wert dafür annehmen und ich entscheide mich für 5 Volt. Das entspricht dann einer Länge von 5 Zentimetern. Man könnte natürlich auch 10 Volt nehmen, aber dann könnte es schwer werden, das Zeigerdiagramm auf einem A4-Blatt unterzubringen. Der Zeiger kommt auf 0 Grad und das heißt, er zeigt nach rechts. Wer sich nochmal mit den Gradangaben und der Drehrichtung der Zeiger beschäftigen will, kann sich vorher nochmal das Video Wechselstrom ist anders Teil 2 ansehen. Der Strom durch R2 ist dann 5 Volt durch 1,8 Kiloohm gleich 2,78 Milliampere. Der Stromfall zeigt in die gleiche Richtung, denn beim ohmschen Widerstand sind Strom und Spannung gleichphasig. Der Strom durch den Kondensator beträgt rund 4,24 Milliampere. Der ist der Spannung aber 90 Grad voraus und zeigt deshalb nach oben. Wenn wir beide Ströme addieren, bekommen wir den Strom durch R1 und L. Also legen wir beide Pfeile aneinander und verbinden Anfang und Ende. Mit dem Satz des Pythagoras können wir I L ausrechnen. 2,78 zum Quadrat plus 4,24 zum Quadrat und daraus die Wurzel ergibt 5,07 Milliampere. Die Spannung über R1 hat die gleiche Phasenlage und liegt bei 5,07 Milliampere mal 1 Kiloohm gleich 5,07 Volt. Der Spannungsfall zeigt in die gleiche Richtung wie der Stromfall und hat bei unserem Maßstab die gleiche Länge, nämlich 5,07 Zentimeter. Die Spannung über der Spule ist dem Strom 90 Grad voraus. Sie liegt bei 5,07 Milliampere mal 1,04 Kiloohm, also 5,27 Volt. Das entspricht 5,27 Zentimeter. Den Zeiger für die Eingangsspannung erhalten wir, indem wir alle drei Spannungen addieren. Also UA plus UR1 plus UL. Wir müssen die Pfeile nur so parallel verschieben, dass sie aneinander liegen. Anfang und Ende verbunden ergibt UE. Damit haben wir jetzt alle Ströme und Spannungen mit ihren Phasenlagen eingezeichnet und das Zeigerdiagramm ist fertig. In Aufgabe B ist nach dem Phasenwinkel zwischen der Ausgangs- und Eingangsspannung gefragt. Üblicherweise bezeichnet man den Winkel als Phi. Den zweiten Teil der Frage können wir aus dem Zeigerdiagramm schon ablesen. Die Ausgangsspannung UA rennt der Eingangsspannung hinterher. Wenn ordentlich gezeichnet wurde, kann man den Rest der Aufgabe grafisch lösen. Man könnte den Phasenwinkel einfach mit einem Winkelmesser ausmessen. Genauer wird es natürlich, wenn man den Winkel berechnet. Einfacher gesagt als getan. Wer da selbst erstmal etwas knurbeln will, kann das Video hier nochmal anhalten und sich eine Strategie überlegen. Der Winkel Phi ist ein Winkel in diesem Spannungsviereck. Von dem Viereck kennen wir drei Seiten und das Viereck hat einen rechten Winkel. Das reicht noch nicht, um die Winkel in dem Viereck zu bestimmen. Dreiecke machen sich immer ganz gut und deshalb zeichnen wir hier eine Diagonale ein mit der Länge x. x können wir jetzt über den Pythagoras aus dem rechten Dreieck berechnen. Rutzel aus UL² plus UR1² ist gleich 7,31 cm. Über die Winkelfunktion können wir auch den unteren Spitzenwinkel ausrechnen. Ich nenne ihn Alpha. Der Tangens von Alpha ist UL durch UR1. Also ist Alpha der Arcus Tangens daraus. Und das ergibt 46,1 Grad. Der blaue Winkel Beta lässt sich auch berechnen. Es ist der gleiche Winkel wie oben rechts im Stromdreieck. Denn das Dreieck ist das gleiche wie dieses. Und Beta ist dann der Arcus Tangens aus IC durch IR2. Und das ergibt 56,75 Grad. Damit kennen wir auch den grünen Winkel Gamma. Denn alle drei zusammen ergeben 180 Grad. Also Gamma ist 180 minus Alpha und Beta. Das sind 77,15 Grad. Das linke Dreieck ist kein rechtwinkliges Dreieck. Deshalb funktionieren hier die Winkelfunktionen unter Pythagoras nicht. Die Länge von UE lässt sich aber mit dem Cosinus-Satz ausrechnen, weil wir den gegenüberliegenden Winkel und die anderen beiden Seiten kennen. UE ist Wurzel aus x² plus UA² minus 2 mal x mal UA mal Cosinus Gamma. Mit den eingesetzten Werten ergibt sich für die Eingangsspannung 7,89 Volt. So, gleich geschafft. Wir können jetzt den Phasenwinkel Phi mit dem Sinus-Satz berechnen. Bei dem werden immer die Winkel mit den gegenüberliegenden Seiten ins Verhältnis gesetzt. Nach Sinus Phi umgestellt ergibt sich Sinus Gamma mal x durch UE. B gleich 0,9033. Und das bedeutet, Phi ist rund 64,6 Grad. Das war jetzt viel Mathematik. Zum Glück ist das ja ein Video, das man sich nochmal langsam Schritt für Schritt ansehen kann. Die nächste Teilaufgabe wird jetzt dafür umso einfacher, weil wir dafür schon die Vorarbeit geleistet haben. Im Teil B haben wir gerade ausgerechnet, dass die Eingangsspannung für eine Ausgangsspannung von 5 Volt 7,89 Volt betragen muss. Das Verhältnis der Ausgangs- zur Eingangsspannung ist 5 Volt durch 7,89 Volt gleich 0,634. In Dezibel ausgedrückt ist die Verstärkung 20 mal der 10er-Logarithmus aus diesem Verhältnis. Das sind minus 3,96 dB. Durch unsere Schaltung wird die Spannung um fast 4 Dezibel gedämpft. Aufgabe D Wie muss die Induktivität verändert werden, damit sich die Schaltung wie ein ohmscher Widerstand verhält? Was bedeutet das? Nun, das heißt, dass der Strom, der in den Eingang fließt, mit der Eingangsspannung in Phase ist. Es fließt kein Blindstrom in den Eingang, sondern nur der Wirkanteil. Wer sich an das Video zum Schwingkreis erinnert, der weiß, dass das passiert, wenn der Schwingkreis in Resonanz ist. Die Blindströme fließen nur innerhalb des Kreises. Wir wollen also die Induktivität ausrechnen, bei der die Resonanzfrequenz unserer Schaltung bei 750 kHz liegt. Dazu ändert sich natürlich das Zeigerdiagramm. Wir müssen den Pfeil für UE so weit nach rechts drehen, bis er in die gleiche Richtung zeigt wie der Eingangsstrom IL. Die Länge von UL und der Phasenwinkel Phi werden dann entsprechend kleiner. Damit UL kleiner wird, muss auch der Blindwiderstand und damit die Induktivität der Spule kleiner werden. Wir müssen also die Länge von UL berechnen. Diesmal lege ich keine Diagonale in das Viereck, sondern verschiebe den Pfeil für UL so weit nach unten, dass dort ein Dreieck entsteht. Das funktioniert, weil das Viereck zwei parallele Seiten hat. Das Dreieck hat einen rechten Winkel und ich habe extra den Winkel Beta aus der Aufgabe B drin gelassen, denn der hat sich nicht verändert und findet sich hier wieder. Der Sinus Beta ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse, also UL durch UA. UL ist dann UA mal Sinus Beta. Das ergibt 4,18 Volt. Aus UL können wir jetzt den Blindwiderstand ausrechnen. 4,18 Volt durch 5,07 Milliampere gleich 824 Ohm. Die Induktivität ist dann XL durch 2 Pi mal F, rund 175 Mikrohenry. Wer sich jetzt fragt, warum man die Resonanzfrequenz nicht über die Thompsonsche Schwingungsgleichung ausrechnen kann, der kann ja mal die Werte für L und C einsetzen. Wir kommen da nicht auf 750 Kilohertz, denn die Gleichung gilt nur für Schwingkreise mit idealen Spulen und Kondensatoren. Die ohmschen Widerstände in unserer Schaltung verändern die Resonanzfrequenz ganz erheblich. Bei der letzten Aufgabe sollen wir die Größe der Induktivität bestimmen, die notwendig ist, dass die Ausgangsspannung gegenüber der Eingangsspannung genau in 90 Grad Phasen verschoben ist. In dem Fall ist der Zeiger für UE senkrecht nach oben gerichtet. Wenn wir das Viereck wieder so teilen, bekommen wir zwar zwei rechtwinklige Dreiecke, aber wir kennen nur je eine Seite und den rechten Winkel. Das nutzt uns nicht viel. Deshalb lege ich die Diagonale X so in das Viereck. Über den Cosinussatz lässt sich wieder X ausrechnen, denn den Winkel Delta kennen wir auch. Er ist 180 Grad minus Beta, also 123,25 Grad. Mit Ua1, Ua und Cosinus Delta ergibt sich für X eine Länge von 8,86 Zentimetern. Auch den vierten Winkel im Viereck, Epsilon, können wir bestimmen, denn die Summe der Winkel in einem Viereck ist 360 Grad. Wir müssen nur die anderen drei Winkel davon abziehen. Wir bekommen für Epsilon gleich 56,75 Grad. Über den Sinussatz bekommen wir im unteren Dreieck den Winkel Zeta. Sinus Zeta ist gleich Sinus Delta mal Ua1 durch X, gleich 0,479. Das heißt, der Winkel ist 28,59 Grad. Dann ist der grüne Winkel Eta im oberen Dreieck 90 Grad minus Zeta gleich 61,41 Grad. Dadurch ist es jetzt endlich möglich, Ua1 zu berechnen mit dem Sinussatz. Ua1 ist gleich X mal Sinus Eta durch Sinus Epsilon. Das sind 9,3 Volt. Der Blindwiderstand muss dann bei 1,83 Kiloohm liegen. Und das ergibt bei 750 Kilohertz eine Induktivität von etwa 388 Mikrohenri. Ja, das war heute schon etwas anspruchsvoller. Nicht nur fachlich, auch rechnerisch. Am Schluss wieder eine kleine Formelübersicht. Wie immer dabei das Ohmsche Gesetz. Dann die Berechnung der Blindwiderstände von Spule und Kondensator. Und was die Mathematik angeht, neben den Winkelfunktionen, der Satz des Pythagoras und der Cosinus- und Sinus-Satz. Mich würde interessieren, ob jemand wirklich erstmal selbst versucht hat, die Aufgabe zu lösen, oder ob ihr euch alle einfach nur die Auflösung angesehen habt. Bis zur nächsten Aufgabe. Musik 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 Musik